Wie du 3 Millionen Euro Umsatz als Handwerker im Jahr machen kannst, darüber wollen wir jetzt reden. Und das gehört natürlich dazu, wie machst du den Umsatz, wie musst du deine Leute auch anstellen, was für Leute brauchst du dafür. Und auch wie du das so aufbauen kannst, dass es von Anfang an skalierbar ist, also dass du auf 6, 9, 12 Millionen problemlos hochskalieren kannst. Darum geht es in dem Video, viel Spaß dabei. Ja, herzlich willkommen hier, ich bin mit dem Marvin wieder da. Ja, hi. Und wir schauen uns heute mal das ganze Thema an, 3 Millionen Euro Jahresumsatz. Jetzt brauchen wir wieder 3 Millionen genommen, weil einfach die allermeisten Betriebe schaffen nicht mal die 1-Millionen-Grenze. Die Betriebe, mit denen wir üblicherweise arbeiten, schaffen das schon. Die kommen sogar meistens höher. So 3 Millionen ist dann die nächste Grenze, wo man eigentlich sagt, okay, jetzt wird es interessant, habe ich einen Monatsumsatz von so 250.000. Das ist dann schon auf jeden Fall in Ordnung. Da braucht man schon ein gewisses Team. Und vor allem, ganz, ganz wichtiger Punkt, man braucht eine zweite Führungsebene dann, die normalerweise schon eingeführt wird. Weil das schaffst du im Regelfall nicht mehr mit 10 Leuten, da brauchst du 15 bis 20 dafür. Und da sind wir auch schon bei der ersten Sache. Wie komme ich überhaupt an 3 Millionen Euro Jahresumsatz, Marvin? Erzähl doch mal, wie macht man das? Im Endeffekt, viele Faktoren spielen da natürlich rein. Ich brauche natürlich erstmal ein geiles Produkt, eine geile Dienstleistung, die Leute haben wollen. Weil wenn ich das nicht habe, wenn das, was ich anbiete, nicht geil ist, dann werde ich auch auf diesen Umsatz nicht kommen. Das ist eine absolute Grundlage, das wird bei dir aber schon mal der Fall sein, denke ich. Dann das zweite ist natürlich, dass du Kundenanfragen brauchst von Leuten, die das, was du anbietest, auch wirklich haben wollen. Das geht über verschiedene Themen, das geht natürlich über Weiterempfehlungen, über Werbung, Online-Marketing, über die ganzen Themen, über die wir hier auch auf dem Kanal reden. So, das ist schon mal die zweite Grundlage. Und die dritte Grundlage, die du unbedingt brauchst, ist natürlich auch ein Team, was das Ganze dann natürlich auch abwickeln kann, diese geschriebenen Umsätze dann auch zu leisten. Das heißt, das Ganze ist eine Mischung aus Produkt, Kundenanfragen, Team, Vertrieb. Und ja, das sind so die Grundzutaten für das Rezept für drei Millionen. Ja, und wenn wir das jetzt einfach mal runterrechnen, wir sagen, okay, die Hälfte des Umsatzes kommt aus Empfehlungen, die andere Hälfte musst du irgendwie mit zusteuern. Dann hast du 1,5 Millionen Euro, die du zusteuern musst. Jetzt kannst du überlegen, wie viel kostet ein Auftrag bei dir im Schnitt? Sagen wir einfach mal 10.000 Euro. Dann sind wir da bei 150 Aufträgen, die gemacht werden müssen. 10.000 pro 150 sind, glaube ich, 1,5 Millionen, das müsste ungefähr passen. Jetzt kannst du rechnen, okay, 150 Aufträge, wie viel anfangen du brauchst du pro Auftrag? Zum Beispiel, sagen wir, drei Anfragen. Drei Leute, die sich melden, brauchst du meinen Auftrag zu schreiben. Okay, dann bist du bei 450 Anfragen. Das sind im Monat nicht mal 40 Anfragen. Ja. Also das ist absolut machbar. Und jetzt kannst du rechnen, was zahlst du für eine Anfrage? Zum Beispiel 50 Euro, gut, das sind 2.000 Euro im Monat, die du investieren musst, um 150 zu machen. Und 150 sind ein bisschen weniger dann im Monat, aber um die 1,5 zu machen. Ja, machen wir einfach mal ein ganz einfaches Gedankenbeispiel, oder ein Gedankenspiel, weil dem Menschen fällt es immer schwer, sich so Dinge vorzustellen oder auch Dinge zu, ja, entstehen zu lassen, die man vorher sozusagen nicht direkt gesehen hat. Also zum Beispiel, hast du vielleicht schon mal gehört, wenn man sich ein Ziel aufschreibt, dann ist es deutlich wahrscheinlicher, dass man das dann auch erreicht. Ja, richtig. Und ich kann jetzt natürlich aufschreiben, also darum geht es mir jetzt nicht, eine simple Übung zu machen. Ja, ich will drei Millionen machen, darum geht es mir jetzt nicht. Sondern es geht mal darum, dir mal vorzustellen, was brauche ich eigentlich, um diese drei Millionen zu machen. Also, wie muss denn mein Vertrieb aussehen, um diese Art der Anfragen, um so viele Beratungsgespräche überhaupt machen zu können? Wie viele Verkäufer brauche ich? Wie viele Leute brauche ich vielleicht, die in der Angebotsvorbereitung noch aktiv sind, in Vertriebsassistenten zum Beispiel, oder Vorgespräche führen und so weiter? Wie viele Leute brauche ich denn dann in der Montage? Ja, wie viele Planer brauche ich denn, um so viele Aufträge abzuwickeln? Und daraus ergibt sich dann ein relativ cooles, ja fast schon so wie so eine Art Organigramm. Wenn du dir das mal durchrechnest, was Alex eben gesagt hat, wie sind meine Preise? Ja. Wie viele Beratungsgespräche brauche ich dafür? Wie viele Kunden werden da am Ende hin rauskommen? Wie viele Montagen sind das denn dann pro Monat, pro Tag auch? Wie viele Montagekolonnen brauche ich denn dann auch? Und wenn du dir das alles mal durchrechnest, dann passiert Folgendes. Du kannst dir dann dieses Organigramm wirklich mal aufmalen, schreibst du dich oben drüber. Ich habe hier mich, dann habe ich hier Verkauf, dann habe ich hier zwei Verkäufer vielleicht drunter. Oder noch Vertriebsassistenten. Das, was du dir dann ausgerechnet hast. Dann brauche ich so und so viele Leute in der Buchhaltung vielleicht, weil dann kommen so und so viele Rechnungen rein. Dann brauche ich so und so viele Leute in der Montage, in der Planung und, und, und. Und was dann passiert in deinem Gehirn ist, dass du dir wirklich mal nicht nur von dieser Zahl, das einfach eine abstrakte Zahl ist in deinem Kopf, sondern du auch wirklich konkret mal auf dem Blatt Papier gesehen hast, wie sieht so eine Struktur eigentlich aus? Und dann ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass du dieses Ziel auch erreichst, weil du hast es schon durchdacht. Du hast es schon in deinem Kopf auf Papier gesehen. Und jede Entscheidung, die da hinführt, ist für dich ja absolut schlüssig. Du musst ja nicht mehr, ja, stehe ich den ein, stehe ich den nicht, dann kann ich mir das leisten. Ja, ich muss mir den leisten können, wenn ich diesen Umsatz haben möchte. Du weißt schon, wie die Zielstruktur aussieht und diese Zielstruktur, die wird dann zwangsläufig dazu führen, dass du diesen Umsatz auch machst, sehr wahrscheinlich. Weil, wenn da ein leerer Schreibtisch ist, dann denkst du dir, Mist, dieser Tisch, der ist eigentlich für den einen Verkäufer noch, den ich noch brauche, um meine drei Millionen zu erreichen, wo kriege ich jetzt diesen Verkäufer her? Dann spreche ich vielleicht mal den an oder den an oder mache hier eine Recruiting-Kampagne für den Verkäufer und, und, und. Und das sind eben diese Gedanken, die dazu führen, dass du eben diese Ziele erreichst. Genau. Das heißt aber nicht, dass du blind drauf los einstellen sollst, einfach sagen, ich muss die jetzt alle einstellen, sondern es geht wirklich darum, du sagst, okay, ich habe gewisse Umsatzlevel und bei dem Umsatzlevel brauche ich halt diese beiden Leute noch dahinter. Okay, ich bin kurz vor dem Umsatzlevel, ich sollte anfangen, die zu suchen. Ja. Und wenn die dann da sind, okay, jetzt geht das nächste Umsatzlevel los und das nächste und das nächste. Also es ist, wie Marvin sagt, ziemlich einfach eigentlich. Du kannst dir runterrechnen, wie viele Montagen die Woche schaffst du. Was für ein Büroaufwand ist dahinter? Dann hast du, sag mal, eine Person im Büro, hast du irgendwie drei Montagetrupps draußen, dann hast du noch zwei, drei Leute im Vertrieb, vielleicht noch zwei, drei dahinter irgendwie die Lager und die ganzen Sachen dazwischen machen. Und dann hast du am Ende deine 15 bis 20 Leute, die ja zusammenkommen mit allen drum und dran. Und dann weißt du auch schon, okay, damit kann ich diesen Umsatz von drei Millionen auch sicher machen, auch sicher abwickeln. Ja, ich würde sagen, das reicht zu dem Thema, glaube ich. Ja, mach diese Aufgabe. Also das ist wirklich mal eine Hausaufgabe. Zielumsatz, das müssen die drei Millionen sein. Mach Zielumsatz oben hin. Genau. Und wie muss deine Struktur aussehen dafür? Ja, schreibt das mal wirklich auf ein Blatt Papier, weil das jetzt zu durchdenken und dir das mal so zu überlegen, das ist die eine Sache, aber das wirklich mal aufzumalen, ja, diese Personen sind dann hier, auch mal wirklich die Zahlen hinzuschreiben, so und so viele Beratungen im Jahr durch zwölf, wie viele ist das im Monat und, und, und. Weil dann wird das Ganze greifbar für dich und unser Gehirn funktioniert einfach so, dass wir dann diese Dinge, die dann wirklich mal auf Papier gestanden haben, die wir uns wirklich mal durchdacht haben und auch aufgeschrieben haben, dass sie dann sehr, sehr wahrscheinlicher sind, dass sie dann auch wirklich in Erfüllung gehen. Ja. Ja, das also für dich als Hausaufgabe, mach das einmal, ja, wenn dir das Video gefallen hat, gib gerne auch einen Daumen hoch. Auch wenn du sagst, auf dem Weg dahin brauchst du Unterstützung, du brauchst mehr Neukunden oder du brauchst bei deinem Team Unterstützung, dann melde dich auch gerne bei uns, ne, wir sind ja bekanntermaßen da bei deiner Unterstützung der Wahl. Wenn es darum geht, Neukunden zu bekommen, ja, für verschiedene Bereiche, dann melde dich gerne mal bei uns oder eben auch Recruiting, da können wir dir mit Sicherheit weiterhelfen. Ansonsten wünsche ich dir, ja, viel Spaß bei dieser Übung und dann bis zum nächsten Video. Bis dann. Ciao.